Hallo, ich begrüße euch zu einem weiteren Tutorial von mir mit Miku Miku Dance Effects. Und zwar, ich habe eine schöne Seite entdeckt. Das Problem war, in einem letzten Tutorial habe ich euch einen Link gegeben. Die Seite hat leider zugemacht, was ich sehr schade finde. Da waren wirklich schöne Effekte drin. Und zwar, ich werde in einem Link euch nochmal zeigen, wie die Seite heißt. Und zwar, hier seht ihr das. Ich gehe nochmal auf die erste Seite. Und zwar, die könnt ihr hier alle runterladen. Also ja, es kann sein, dass euer Antivirenprogramm Probleme gibt. Aber ich kann euch sagen, bei mir gibt es keine Probleme. Das sind auch keine versteckten Viren. Ich lasse immer alles über ein Antivirenprogramm laufe. Die sind alle kostenlos. Und einer, den finde ich besonders schön. Und zuerst laden wir ein Model. Okay. Dann eine Emotion. So. Jetzt den Effekt, den ich sehr schön finde. Ich habe das schon beschriftet, dass ich ungefähr weiß, um was es geht. Das ist dieser Harbusa Sled Slot. Bei diesen Effekten kann es zu Problemen kommen, dass euer neues Miku Miku Dance gar nicht darauf reagiert. Das alte reagiert schon besser, weil das Problem ist, es hat auch was mit dem Kompetitätsprogramm zu tun. Und zwar, ich lade mein altes Miku Miku Dance. Ich mache nochmal alles. Weil bei dem Neuen ab und zu geht es und ab und zu geht es überhaupt nicht. Da kann ich machen, was ich will. Aber funktionieren tut es. Das hat auch was mit dem Licht zu tun. Ich lade. Ich lade. Ich lade. Ich mache es nochmal. Und zwar Effekte. Ich nehme für mein Model. Figuren-Effekt. Weil dann kommt das so realistisch rüber, das Model. So. Jetzt probieren wir das nochmal. Genau. So. Jetzt machen wir noch Display Coordination weg. Ich lasse jetzt keine Musik laufen. Wie ihr seht, mein Model tanzt im Mond. So. Jetzt suchen wir diesen Effekt speziell. Genau. Um diesen Effekt runterzuladen, müsst ihr hier drauf drücken. Dann öffnet sich, ob ihr das runterladen wollt. Ihr könnt das mit OK bestätigen. Ich habe es nicht gemacht. Dann packt es und ladet es wie eine Stage Option. Es kann sein, dass ihr oben das nochmal einstellen müsst. Beim MME nochmal laden. Wenn es Probleme gibt, dann hat das was damit zu tun, dass euer Windows Rechner ein bisschen Probleme hat, das umzusetzen. Keine Panik. Das kann passieren. Ich gebe in einer Beschreibung nochmal den Link. Sollte es Probleme geben, ihr könnt mich ruhig anschreiben. Ich habe damit keine Probleme. Ich kann euch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Kein Problem. Ich hoffe es hat euch gefallen.